Jawoll, Kamera läuft, Ton-Action, alles ist wieder da. Mann, ist das lange her. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu, ich nenne das mal, der zweiten Staffel Embermoon für den Amiga. Zweite Staffel deswegen, weil ich habe eine ziemlich lange Pause gemacht mit Embermoon-Zocken, denn das, was ihr bis jetzt gesehen habt, das waren alles vorproduzierte Folgen. Und das hier ist jetzt auch ein Start einer weiteren Vorproduzierungsreihe, damit ich danach erstmal wieder ein bisschen Luft habe. Und weil das so lange her ist, habe ich mir nochmal die letzte Folge etwas genauer angeschaut. Und da hatten wir ja den Kampf mit Dreck dem Hügelriesen, der war ziemlich heftig. Und mehr tot als lebendig haben wir uns dann nachher in die Stadt zurückgeschleppt, haben aber einen neuen Gefährten, nämlich unsere Silve, mit in der Truppe. Und jetzt sind wir ja da in Spannberg unterwegs gewesen, haben ein paar Quest-Belohnungen abgesandt und sind ein bisschen trainieren gegangen und so weiter. Und weil es jetzt so lange hergegangen ist, habe ich es mir erlaubt, nochmal kurz reinzugucken, was denn als nächstes zu tun ist. Und da habe ich gesehen, wir müssen nochmal in den Gaunersweinkeller zurück. Und ja, ich würde sagen, da starte ich jetzt mal und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Zu? Stauen? Es geht schon wieder los. Und ja, wir gucken mal. Weiterspielen. Wir stehen vor Spannenberg, gell? Und ich muss also nochmal in Gaunersweinkeller. Und das machen wir auch. Jetzt müssen wir mal eben hier einen Blick auf die Karte werfen. Wo war denn das nochmal? Freier Georg-Stadtgarten. Stadtgarten. Das war in der Taverne, ne? Ich muss da nochmal gucken. Und irgendwo da drin ging es dann, glaube ich, zum Gaunersweinkeller. Aus irgendeinem Grund kann ich mich da nicht reinbewegen. Keine Ahnung, warum nicht. Doch, jetzt bin ich drin. Was war denn das? Ich weiß es nicht. Da ging es, glaube ich, in den Keller runter. Jawohl. So, irgendjemand sollte mal ein bisschen Licht machen hier. Wer hat hier noch eine Funzel? Achso, und was ich gelesen habe, ich baue auch insgesamt 150 Schleudersteine. Das sind 112. Was hat Iggy? Nix. 112 sind aber zu wenig. Ähm, ja, sie hat nüt. Hat er wirklich nur die? Kann noch ein bisschen was tragen. 112. Was ich brauche? Noch ein paar Schleudersteine. Da muss ich nochmal kurz zurück zum... Ja, zurück zum Händler. Achso, ja, stimmt. Wir haben ja jetzt zwei Feuerbrandschwerter. Geil o' Mat. Stimmt, beim letzten Mal irgendwann haben wir ein zweites Feuerbrandschwert bekommen. Sehr geil. So, wie komme ich hier nochmal raus? Ich muss... Ich muss die Schleudersteine haben. Das habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, vorhin nochmal gelesen. Aber ich verspreche, ich werde dann erstmal nicht mehr reingucken in die Lösung. Es ist eben so ein mega umfangreiches Game und es wird noch viele, viele Stunden wird es noch gehen. Und ich hoffe, ihr habt die Ausdauer. Ich habe zwar gesehen, ein paar Zuschauer haben sich verabschiedet. Und der eine oder andere hat auch eigentlich keine Lust mehr gehabt zu kommentieren. Gut, ich sag mal, ich kann das verstehen. Es gibt so Sachen wie... Es gibt einige sehr kampflastige Folgen, wo es wirklich dann nur Fights gibt und das war's. Aber ich sag mal, die letzten Folgen, die waren jetzt doch wieder deutlich interessanter. Und ja, ich weiß ja selber nie, was mich erwartet. Aber ich werde auf jeden Fall die Kämpfe drin lassen. Ich habe das auch mehr oder weniger versprochen. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, ihr könnt dann auch besser mit mir mitfiebern und euch mit mir ärgern oder mit mir freuen. Je nachdem, was gerade passiert. So, jetzt gucken wir. Was hatte ich? 113 habe ich gezählt, ne? Oder 112. 112. 13, 14. 13, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 39. Äh, 11. Nein, 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 nein. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht um einen verzählt. Nehme mal einen mehr mit. So, ich hoffe, irgendjemand von denen... Was? Kann jetzt... Warte mal, die habe ich doch jetzt gekauft, oder? So, Egi kann die noch schleppen Wir müssen ja mal wahrscheinlich wieder ein bisschen was umschichten So, jetzt haben wir das gemacht Jetzt können wir in Gaunas Weinkeller gehen Tun wir, tun wir Achso, haben wir Selene eigentlich mal vernünftig angekleidet? Ja, so halbwegs, ne? Was war eigentlich mit der Goldbrosche? Kann die what? Oder kann die nix? Ich kann das ja angucken Macht erstmal so gar nix Jeder kann sie tragen Es steigert, glaube ich, auch nicht den Oder warte mal, das könnte aber sein Sie könnte vielleicht den Charisma-Wert steigern Kann sie das anziehen? Kann sie, okay Und das war ja, glaube ich, so Wenn man jetzt den Charakter mit dem höchsten Charisma-Wert Zum Händler schickt Dann rault man die besten Preise raus Karma 93 von 95 Und interessant steht Ja, sie spricht silfisch Aber ich sag mal, unter uns Wir verstehen uns wohl auch so Jetzt muss ich mal gucken Ob das vielleicht auch den Karma-Wert erhöht Oh, halt, stopp Wo ist es? Woa, Karma 143 von 95 Ah, cool Die Brosche erhöht tatsächlich den Karma-Wert Aber hallo, sowas von Oh Dann sollte ich ja eigentlich ziemlich gute Preise Also du behältst die an Und du quatschst zukünftig mit den Händlern, Mädel Ist ja wohl klar, ne? Hehe, geil Das gefällt mir So Ab in die Tiefen In der Tiefe, was lauert dort? Ähm, erstmal eine Laterne Hey, du sollst sie benutzen Use it So, ähm, die Führung übernimmt aber hier ich wieder Gauners Weinkeller So Und hier müssen wir irgendwelche Prüfungen machen Ich weiß aber jetzt nicht, was ich hier machen muss Bin ich auf der K... Ich bin ja hier schon eine Weile rumgelaufen Da oben ist eine Zue Tür Gildenhändler Du hast nicht zufällig noch ein paar Dietriche, so, ne? Zehn haben wir ja gekauft Er hat sie versucht, die Tür zum Laden zu öffnen Er klingt ein leises Klingeln Und plötzlich seid ihr von mehreren Dieben umringt Ein sehr großer, bulliger Kerl Tritt Sag mal, könnt ihr nicht lesen Der Laden ist nur von 1 bis 8 geöffnet Geht und kommt wieder, wenn er aufmacht Mit diesen Worten gehen die Diebe davon Okay Nachtaktiv, ja, kann ich verstehen Kann ja mal vorkommen Und du bist? Nicht der Rede wer... Ich würde mich wirklich gerne mit euch unterhalten Aber leider habe ich es eilig Ich muss unbedingt zum Warenhändler von Spannenberg Bevor sein Sonderangebot an Schleudersteinen verfällt Mit diesen Worten macht er sich schnell davon Äh, mach, gebt dir keine Mühe Ich habe gerade alle gekauft Ähm... Hier ist noch eine Tür Wenn man einen Dietrich brauchen sollte, hieß es Dann soll man vorher abspeichern Denn nicht jede Tür führt dahin, wo sie hin soll Okay In einen Lässt sich also so öffnen Oh Mann, ich habe es lange nicht mehr gezockt Weil ich habe damals so massig vorproduziert Ich habe jetzt wieder echt richtig Bock Was steht auf dem Schild? Und da hinten, da läuft doch jemand rum, oder nicht? Dieser Ort kann später schnell erreicht werden Ha! Was ist denn das für ein Ort? Training? Oh, geil! Da unten ist noch... Da läuft doch einer Wer bist du? Kann ich mit dir quatschen? Hallo Kollegen Seid ihr schon mal im Haus der Heiler gewesen? Als ich das letzte Mal dort war Habe ich im Bücherschrank ein wunderbares Buch mit Fabeln gefunden Stimmt Dieses Buch habe ich schon Und diese Fabel hatte mit Steinen zu tun Und deswegen habe ich jetzt auch Steine eingepackt Trainingsschlösser öffnen 50 Gold pro Übung Ah Ist da zufällig offen? Oder habe ich zufällig noch Trainingspunkte? Guten Tag! Wird es so besser im Knacken von Schlössern werden? Ja Selina möchte gerne Ah, was hat sie überhaupt im Schlösser öffnen für SÖ 33 von 95 Ja, das ist in der Tat ausbaufähig Ich hoffe, sie kann Du hast nicht genügend Trainingspunkte? Nein! Scheiße! Die habe ich irgendwie alle verbraucht beim Attacken, oder was? Ja, ja, Attack hat sie voll ausgebaut Parade 2 Ja, da müssen das Fallen finden Fallen entschärfen Trainingspunkte Null Scheiße! Gut, aber Wir wissen jetzt Hier im Gaunersweinkeller Kriegst du alles! Da ist noch eine Tür Training zum Entschärfen von Fallen Ja Sehr geil, sehr geil Brauche ich später wahrscheinlich Ja, gut, dass man diesen Ort nachher wieder bereisen kann Ich glaube, da werde ich nicht das letzte Mal vorbeigegangen sein So, da ist noch eine Tür Möchtest du besser im Auffinden von Fallen werden? Wer möchte das nicht? Aber das überlasse ich meiner Diebin später, weil Ich glaube, es macht wenig Sinn, einem Krieger das Finden von Fallen aufzudrücken Ja Da könnt ihr auch gleich ein Magier und ein Breitschwert in die Hand geben Macht nicht wirklich Sinn Also wenn, dann soll man das auch charakterbezogen spielen Würde ich jetzt sagen Weil alles andere macht ja wahrscheinlich eh überhaupt keinen Sinn Ne, falsch, da wollte ich gucken Da oben ist eine verschlossene Tür Und ich glaube, durch die muss ich auch Hier hinten bin ich ja schon überall gewesen Ich denke mal, da war jetzt nichts Besonderes, oder? Oder doch? Gut, gehen wir erstmal durch die eine Tür da Ja, die ist da oben Ich speichere da mal kurz zwischen Auf die Disc schreiben Haben wir hier schon irgendwie Gaunerkeller? Da haben wir ja schon einen Spielstand Den nehmen wir So Ich denke ja mal, gut Selina könnte es probieren Aber ich glaube, du kriegst ohne Dietrich die Tür auch nicht auf Wahrscheinlich wird die ja auch nichts entdecken Kann keine Falle finden Entdeckt eine Falle Haha Ich habe ja gespeichert Nur so für den Fall, dass gleich irgendwie ein paar Leute blind oder tot sind Nein, das ist nicht gut Es ist aber nichts passiert Es ertönt ein seltsames Geräusch Und jetzt? Was ist passiert? Ist die Tür offen? Ne Leider nicht Nach drei Versuchen hast du dann verkackt Aber es ist niemand tot Oder so Gut Ja, dann benutzen wir einfach ein Was? Achso, das ist wenn du einfach so versuchst Ich glaube, das war nur ein Warnschuss Wir nehmen jetzt doch lieber einen Dietrich Ich hoffe, ich kann nachher irgendwann nochmal Dietrich in Nachkauf Ich hoffe, irgendwann ist sie im Schlösseröffnen so gut Dass sie dann auch die Truhen ohne Dietrich aufkriegt Denn es gibt noch die ein oder andere Ecke in dieser Welt Zum Beispiel das Banditenhaus Da war noch eine Truhe Die war, glaube ich, noch zu Ich erinnere mich dunkel Dass da mal so was war Da ist eine Tür Ich bin durch die da gekommen Ich gucke erstmal, was wir noch so haben Ist da auch ein Schloss? Okay Mache ich erstmal noch nicht auf Ich gucke erstmal, wo kann ich überall hergehen Ohne ein Schloss öffnen zu müssen Aber ich glaube, das wird überall der Fall sein Dass ich da einen Dietrich brauche Ja, das wäre ja auch zu einfach Ich speichere hier mal ab Weil ich wieder ja nicht weiß Müsste ich die Tür wirklich denn überhaupt öffnen? Nenne ich mal Gaunerkeller 2 Wenn sich nämlich herausstellt Dass das unnötig war Den Dietrich hier zu verschwenden Dann kann ich nämlich immer noch Naher sagen Gut, ich lade das nochmal Und Gehe von der anderen Seite durch die Tür Andererseits glaube ich jetzt nicht unbedingt Dass sich hier noch neun verschiedene Türen verbergen Gut, wir werden es nachher wissen Ob das jetzt sinnig oder unsinnig war Gibt es hier irgendwas Verdächtiges? Erstmal nicht Spinnen Ja, komm Das sollte jetzt ja eigentlich Okay, was ist das? Eigentlich kein allzu großes Problem sein Sicher bin ich mir da jetzt allerdings nicht Ach Quatsch, ich möchte ja Die Gruppe soll vorrücken So Und ich hoffe wir erledigen das jetzt Ohne dass die anderen groß eingreifen müssen Wobei sie hat ja eine Fernkampfwaffe Ich glaube nur nicht, dass sie groß trifft Melvin hält sich erstmal gemütlich im Hintergrund Wir gucken was passiert Ein Schadenspunkt Gepixt Ja, Rüstungsschutz passt nicht Oh, ich hab daneben gehauen Alles genauso wie vorhin, bitte Ah, vier Schadenspunkte Irgendwann, äh, genau In der Banditenhöhle kann man ja später kritische Treffer lernen Da weiß ich, wo ich Selina hinschick Super, mein Feuerbrandschwert ist zerbrochen Geil, und was heißt das? Nochmal laden Vielen Dank Ich glaub's ja nicht Okay Auf ein neues Ah, ich kann jetzt nochmal eben kurz gucken Was verbirgt sich denn jetzt hinter der anderen Tür Die ich vorhin nicht geöffnet hab Was? So ist das also Ja, dann nochmal laden Ja, was geht denn jetzt ab? Jetzt wird aber nix mehr, wa? So, Selina Du wirst doch wohl diesen Schlüssel jetzt nicht zerbrechen Gut Kann das also tatsächlich passieren, dass der Dietrich bricht? Der Dietrich erbricht Ähm Stimmt, hier war ich ja jetzt ganz so gesehen noch nicht Ich muss also Ich guck mal, was ist hinter dieser Tür Ja, also wenn das so ist Gucken wir mal, ob das klappt Nein Ah, es ist doch ätzend Ich hätte nach dem ersten Nach der ersten Tür Hätte ich abspeichern müssen Kea Warum macht der Mildert hier so schwer? Hier wird doch nicht Meine Tür auf Nö Nummer eins Ja, also das ist es einfach Man sollte abspeichern Äh, ich glaub Ich muss die Ich muss die Tür ja sowieso öffnen So wie es aussieht Ich muss nur halt deswegen abspeichern Weil ja sonst Äh, möglicherweise Na, wo kommst du denn her Der Dietrich bricht Ich kann mit ihr ja nur normale Angriffe fahren Ich kann ja nicht, äh Nichts Spezielles machen, ne Nö Das geht nicht Das heißt also, wenn sie in kritischen Treffer landen sollte Wo liegt eigentlich die Trefferwahrscheinlichkeit bei ihr mit kritischen? Bei 0% Es ist sowieso nur 2% ist das Maximum Aber sie ist die einzige, die kritische lernen kann Na super Dann sollte sie einfach so besser treffen So, du hältst dich wieder vornehm zurück Das sollte doch eigentlich ohne Magie zu schaffen sein Jetzt sag nicht, der Kurzbogen ist zerbrochen Habe ich das gerade richtig gelesen? Ne, der ist noch da Wer ist vergiftet? Scheiße Irgendwas ist doch immer Müssen wir gleich mal gucken, was da passiert ist So Das Vieh haben wir Okay, dann zu dir Du gehst da rüber Und du gehst da hin Du schießt mal ein bisschen da lang Und mal gucken, was passiert Ach, daneben geschossen Na gut So Igil darf auch mal mit draufhauen Und kann meinen Rüstungsschutz nicht durchdringen Das ist sehr schön Und jetzt geht's ordentlich auf dem Maul 1 Nahrung Ja, die können wir mitnehmen Die kriegen wir geschleppt So, Igil ist vergiftet Ja, ganz toll Haben wir denn ein Antigift? Oder haben wir jetzt damit ein großes Problem? Oh, verdammt Entgiftungsfiole Okay Wir benutzen eine Entgiftungsfiole auf Egil Und Zuff, das Gift ist weg So, das speichern wir Der Dietrich ist nicht zerbrochen Wir haben den Kampf überstanden Und wir machen das jetzt aus Spannbergs Gaulakeller 1 Und ich würde sagen, das ist auch ein idealer Punkt Um hier einen Schnitt zu machen Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an Folge 1, Staffel 2 Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei Wenn's heißt, zockt mal wieder Ember Mumitomaniac Wir sehen uns Hoffentlich Ich würde mich freuen